ARD Text im Auftrag von Funk Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu... Wer war's jetzt? Willkommen zu... Ich habe hier gerade dem Ducky zugeguckt Der so lange gebraucht hat, diese Barrikade da einzurichten, obwohl ich die Booby-Tree... Ja, weil als du angefangen hast zu reden, hast du gemerkt, oh ich hab ja vergessen die Aufnahme zu machen Achso... Ja, also gleiches Team wie letztes Mal... Hast du Hosts gesagt oder Bros? Bros, als wenn ich unsere Zuschauer Host nenne Hey, nein, 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 ich will aber... Ja, danke... Nee, Jay, du darfst... Wieso kommen die eigentlich immer bei uns so krass schnell rein? Haben die keinen Mute? Ach, selbst mit Mute kannst du ja immer irgendwo rein... Komm schon nicht so schnell daran... So, ich mach hier auf jeden Fall zu... Wo stell ich mich denn hier auf? Richtig schön... Richtig schön... Hier sind die Kameras schon aus und down, nice... Liquid mach hier nochmal zu... Wenn da Strom drauf ist, dann kannst du die ja nicht mal wegsprengen, ne? Äh, richtig... Kameras sind unser, oder? Äh, alle an der Decke hängenden Kameras gehören uns, alle am Boden fahrenden nicht... Ich hab, Peter, das fragst du nicht im Ernst jetzt gerade... Ich war einfach nur kurz... kurz Sicherheit... Soll ich Kamera gucken? Ich kann Kamera gucken... Ich guck schon immer mal wieder... Wer ist denn Cenk Arctrix? Ja, das ist manchmal buggy, dass die Gegner in der Kamera drin hängen und... Nice C4... Er kann die nicht benutzen... Ne, du kannst die nicht benutzen... Wow... Fuck! Hier Geheimgang... Hier Geheimgang... Oh... Okay... Langer Gang, oder? Da ist ne Drohne, da ist ne Drohne... Tunnel... Also Tunnel... Also wirklich so Geheimgang... Oh, und andere Seite... Wurde auch grad aufgesprengt... Beides... Alter, die Air scheint ja ne Knarre zu haben, die einfach nur der Shit ist... Ja, ähm... Was ist das, ne M4? Ist das nicht unser? G36... Bestimmt... Keine Ahnung... Hat die wirklich? Ja C, genau da unten müssten Leute sein jetzt gerade... Aber da fährt auf jeden Fall gerade jemand mit der Kamera rum... Oh, und die hat mich... Das ist nicht gut... Der müsste hier irgendwo sitzen... Soll ich mal durchgehen? Dann liege ich... Aber wieso ist denn der hier alleine gewesen? Ja, und hier ist auf jeden Fall auch jemand... Ja, da war gerade ne Kamera... Der Stripclub, oder? Der hat die Wand weggespringt, während ich da stand... Alter... Da war ganz lustig... Link ist mir noch jetzt hinten bei dir... Weil gegenüber ist auch... Gegner... Zwischen Jay und uns müssen Leute sein... LOL! Ach, da... Oben ist ne... Oben ist ein Loch... Wo denn? Hä? Doch, oben ist ein Loch... Ja, da... An der Wand... Wo man... An der Rückwand... Da wo man runter kann auch... Warte mal, ich sag dir das... Ich hab ihm auf jeden Fall... Ich guck die andere Seite... Nice... Genau der... Der Alu... Da hat sie weggemacht... Hallo... Ditz ist drin... Echt? Ditz ist drin... Ditz steht hinter dem... Hinter dem Spind... Den könnt ihr von hinten holen... Sepp... Hi Sepp... Okay... Hab F9 nicht gedrückt... Es gibt leider nicht viel Auswahl... Muss man sagen... Die sind... Das Rotpunkt ist einfach das Beste... Und das war's leider... Ja... Ernsthaft? Ja... Ne... Ich nehm auch mal das Rotpunkt... Aber das sind doch die Gegner... Achso... Moment... Nein, nein... Nicht Lasern... Ne... Nicht Lasern... Nur das Rotpunkt Visier... Spielt ihr denn mit Laser? Äh... Nur Schild... Ah... Die sind in der... Protorathalle... Oh... In der Garage... Das ist schön... Aber das ist auch schön zu verteidigen... Wer ist denn der Letzte? Haben die Doppelstrom? Ja... Wir haben alle eigentlich gefunden... Ne... Einer fehlt bei mir... Habt ihr das nicht? Achso... Ne... Stimmt... Da... Scheiße... Ja... So Bunker... Ich würd glaube ich oben reingehen... Die stehen aber gar nicht so schlecht... Die stehen alle unten drin... Hat man... Hat einer... Äh... Am Ende nochmal gezählt... Wie viele drin sind... Vier oder... Vier oder... Vier... Vier... Mindestens vier... Sagen... Wollen wir denn nicht von außen mehr? Also außen die gerade haben zugemacht... Und oben haben sie sicher gemacht... Aber oben würde ich ein Loch auf jeden Fall mit Termite rein... Oh... Achtung... Ich wollt grad sagen... Sag mal jemand... Abgelenkt... Ich benutze mal die Twitch Drohne... Mach auf jeden Fall einen auf... Und geh dann runter... Wer macht das mal Peter... Ich würd dann führen... Link oder rechte... Einer oben... Hier seh ich gerade keinen... Doch da... Da ist einer... Komm hoch... Hap ihn... Hap ihn... Einer ist low... Links... Links... Da ist ein... Peter... Geh mal bitte erst mal unten bleiben... Warte... Warte... Meinst du... Ja... Hier links... Hier diesen Ding... Genau... Da mal gucken... Aber ich kann durch die Decke... Fusen oder? Ich wurde entdeckt... Keinen in dem Raum... Nein... Hier noch ne Kamera... Hier hinter hab ich gerade einen gesehen... Was fußt denn mich? Irgendeinen hast gekillt... Ok... Die Fuse hat gerade meine Twitch Drohne zerstört... Leider... Oh... Sepp... Ja... Was soll ich machen... Ich hab gesagt ich fuß hier drüber... Ja... Das ist wie mit der Kamera... Die man kaputt gemacht hat... Ja... Ja... Oh... Da ist direkt... Oh... Durch dieses kleine... Ich kann aber trotzdem noch mal gucken... Ich hab noch eine Kamera... Das heißt auf dem Geländer oben ist... Oben zwei Leute... Zwei Leute... Hier kann ich durch... Nein... Kann ich nicht... Also da wo wir die Wände aufmachen wollten... Da ist eine... Einen hab ich da drin gesehen... Nur ein... Und ein Erdgeschoss... Ich hab auch nach oben geguckt... Aber das ist keine safe Ansage leider... Ich hatte keine Zeit mich richtig umzusehen... Kann ich von außen... Oben sind zwei Leute... Ich glaub Rook und Smoke... Scheiß rein... Ich hab da rein geflasht... Ich glaub das ist überall... Die haben Bunker... Ja... Die haben die Bunker... Äh... Klassen genommen... Alle Wände sind komplett dicht... Jetzt hätten wir Setscher gebraucht... Ah... Was... Wieso werden wir hier gespottet... Ich wurde gerade von hier gespottet... Jave... Pass auf... Einer hinter uns... Oh... Okay... Das war einer unten... Zwei oben... Ah genau... Ich hab den unten direkt markiert... Einer ist oben links... Und einer direkt über euch... Wenn er da den Eingang reingeht... Einer kommt vorgepusht... Ja... Ist wieder zurück... Ja... Ist wieder zurück... Das ist echt krass... Die haben echt den ganzen Raum... Einfach zugemacht... Ne... Kann er nochmal reinflashen... Ich kann hier durch das Loch flashen... An dem Loch müsste auch irgendwo einer sein... Direkt an dem Loch müsste einer sein... Noch mal geflasht... Ich kann das nochmal machen... Wenn ihr wollt... Der kann auch nicht durch die Wand schießen... Das ist echt kacke... Aber irgendwie wollt der glaube ich nicht... Kann das sein... Na warte mal... Noch... Ein bisschen in Panik... Ich hoffe dass sich einer nochmal zeigt... Und einen Fehler macht... Wenigstens den unten... Ich sag dir wenn der unten nochmal kommt... Hey pass auf... Der oben der guckt da genau hin... Der kann dich da weg machen... Mich hat der da auch weg gemacht... Deshalb wenn du reingehst rechts... Da stehen noch direkt... So zwei Motorräder... Eins hochgefahren... Da hinter ist er... Da ist doch die Wand kaputt... So ein bisschen... Peter flash... Ja aber da hinten ist... So soll ich... Flash mal durch... Ja... Mach jetzt... Hab ich gemacht... Splash... Nicht... Beide über euch... Genau über euch... Auf der Seite... Hab einen... Genau oben jetzt... Rechts Peter... Hab ihn... Sehr schön... Was für ein Zugriff... Nice... Zack... Die Flash war super... So konnte ich den unten töten... Der war nämlich richtig blind... Der war perfekt... Das hat gut geklappt... Schön... Uiuiui... Sehr geil... Wenn irgendjemand das Opfer für mich spielt... Hab ich genug Zeit zum... Ja... Ne Peter? Das macht der Jay ganz gerne... Einfach die Leute vorschicken... Ja echt mal... Das stimmt ja auch jetzt nicht so... Doch... Machst du gerne... Yeah... Machst du lieber als selber vorgehen... Vor allem andere Leute niederschießt... Das macht der ganz gerne... Ja... War keines zu sagen... Und dann gibt er denen noch die Schuld... Einmal Weste hier... Einmal Weste hier... Die Westen für die Besten... Haben wir Kapkan? Ja ne... Ah die sind direkt schon hier... Ja ja... Hier ist keine Chance das zu überleidigen... Alter... Oder so... Weil da kann man halt relativ gut rein von denen... Bestehen... Alter ist da der Knaller... Bestehen... Du wurdest entdeckt... Okay... Einmal noch... Einer am rum... Oh ja... Oder drei... Die sprengen mich wahrscheinlich in die Luft jetzt... Ne... Ich mach mich hier mal raus... Da kann ja einer hinter mir zu machen... D... Dankeschön... Wo bist du rausgegangen? Hat... Hat schon... Einen haben wir hier noch drin... Ne... Party Kübel... Ist das safe? Echt wo? Einen haben wir hier noch drin... Er hat mich die ganze Zeit markiert... Okay... Nicht gut... Das ist nicht gut... Das ist nicht gut... Toll... Ich geh mal ein bisschen in einen anderen Raum... Such den... Es wurde einmal gesehen... Wo kommen die denn? Ähm... Hier... Aufm... Dach... Da ist einer... Einer ist ganz oben... Sieht man grad nicht mehr... Kannst du kurz laufen sehen... Bei mir direkt hier ging das Fenster auf... Oh... Oh... Die haben neue Songs eingebaut... Ne... Es gibt neuen Schlagersong... Das musste gepatcht werden... Find ich cool... Die haben die Haupttür aufgemacht... Obwohl so schön... Ein schönes Lied ist... Ich wurde wieder gespottet... Ich sag halt... Die haben auch so ne Drohne... Die haben ne ganze Menge... Ja... Ich bin am Arsch... Die sind... Wissen die wo das Ding ist? Also haben die da... Ja... Das haben die schon gesagt... Jaja... Auf jeden Fall... Weil es sind so viele... Oben noch... Und einer hat auch Vision... Auf... Auf unseren Spot... Oh wie sagst du... Dann guck ich mir doch mal die Treppe an... Gefährlich... Die sind da sehr vorsichtig diesmal vorgegangen... Also im Vergleich zu den ersten beiden Runden... Ein riesen Unterschied... Genau... Und bei Jay guckt er einfach um die Ecke... Hier sind auch noch Leute... Ich glaub... Der hat markiert... Ja... Man muss halt wissen wo er sich positioniert... Der Positioning ist nicht so unwichtig da... Leute... Sollte man mit Level 87... Wissen... Hoffentlich... Kriegste jetzt ne Kugel ab... Jetzt... Wer wünscht ihm das nicht... Wird dahin gewichtet... Das wünschen wir viele... Dass ich auf die Fresse krieg... Das stimmt... Hinter dir... Und da ist er auch schon... Am Haupteingang sind zwei... Einmal hinter der Tür... Auf die du jetzt Kugel legst... Und einmal... Genau... Da ist er... Oh lol... Da macht der da die Fenster... Bei mir hier rechts sind auch schon... Fette Kamera obenrum... Ähm... Ich weiß nicht wo... Aber oben... Nice one... Direkt links sozusagen... Hinter der Wand... Ist auch jemand... Da wo du gerade eingekillt hast... Ist noch einer... Peter... Peter... Oh Peter... Wow Peter... Nice shot... Okay... Sind die da... Nice... Kamera ist rein... Der weiß dass du da bist... Pete... Und da in der Kamera... Keiner mehr drin ist... Pusht er gerade irgendwo... Hinten die Treppe links... Bleib so ist es gut... Ach man... Nicht bewegen... Das hört er... Weil die laut sind... Hat er... Ach man... Sneakt der auf der Treppe... Wenn er jetzt Badass bist... Schmeißt jetzt ne... Ne Nitro dahin... Der andere ist am Billiardtisch... Der andere ist am Billiardtisch... Der kann dich da nicht sehen... Ist ganz gut... Schmeiß... Ja damit die genau wissen wo ich bin... Soll ich da jetzt noch ne... Billiardtisch ist drin... Der ist über dir rechts... Aber der ist nicht so wichtig grad... Riskiere es... Warte der kommt vor jetzt... Und dann jetzt um rechts... Jetzt der Billiardtisch... Peter... 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 Sehr stark... Peter... Schön... Schön... Das Gesicht hier... Nice... Das war sehr geil... Flawless... Victory... Easy... Dieser wusste ich doch... Da ich ja nicht aufnehmen muss... Wir haben jetzt... Wir haben jetzt auch nicht ein paar Runden hintereinander verloren... Nein... Nein... Haben wir nicht... Keiner gesehen... Ach ja... Ich danke vielmals für's Zuschauer... Bis zum nächsten Mal... Haut rein... Haut rein... Tschüss...